Hallo, Freunde, hier ist die Jesse Lektar aus dem Studio und ihr seht Ö4TV. Bist du nervös? Ich bin nervös. Ich habe gesehen in deinen Augen. Was ist das? Oder was ist los? Die Boss-Aura. Die wirkt schon richtig. Die Cover-Aura. Gibt es für dich persönlich noch Highlights bzw. Scheiße? Servus, Leute. Servus, Leute. Servus, Leute. Servus, Leute. Ich brauche jetzt einen Moment. 5, 1, Servus, Leute. Servus, Leute. Ihr schreit jetzt sicher nicht in die Artikel. Ich haue euch an den Bauten. Wirklich. Passt perfekt. Passt super. Warum macht ihr mich jetzt fertig? Ö4. Fall. Das schaut so cool aus. Das schaut so gut aus wie eine Kuh. Es ist einfach individuell bedruckbar. Ihr Logo hier verstehst. Du könnt... Du könnt... Du könnt meine Haack fressen aus. Meine Haack fressen. Oh, fuck. Meine Frise. Oh, fuck. Ich fange aus. Ich fange aus. Ich fange aus. Ich fange aus. Was ist heute am Wochenende? Am 29. Juli. Das ist wirklich Corona-Niveau. Was ist heute am Wochenende? Am 29. Juli. Ich hoffe das nicht. Ich schätze der Zukunft Adli. Der Zukunft? Okay.